Hi, hier ist wieder Lukas vom Channel Paketwissen. Wie ihr bereits wisst, dreht sich mein Channel ja rund um das Thema Paketversand und heute zeige ich dir, wie du eine Sendung bei UPS online stornieren kannst. Es kann ja mal vorkommen, dass man zum Beispiel den falschen Versandservice oder die falsche Adresse eingibt oder vielleicht ein falsches Abholdatum oder sonstiges. Und dann muss man halt die Sendung stornieren, weil sie ansonsten natürlich berechnet wird. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch einen Daumen hoch da oder wenn du Fragen und Anmerkungen hast, schreib sie gerne hier in die Kommentare und wenn du dich für das Thema Paketversand interessierst und immer mehr dazu lernen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, nach einem kurzen Trailer geht's los und viel Spaß beim Zuschauen. Um die Sendung zu stornieren, seid ihr natürlich in eurem Kundenaccount eingeloggt bzw. ihr loggt euch nochmal ein, wenn ihr ausgeloggt seid. Und dann geht ihr auf Versand und hier findet ihr bei bestehenden Sendungen zwei verschiedene Punkte. Einmal das Versandarchiv und einmal die stornierten Lieferungen. Bei den stornierten Lieferungen, da findet ihr dann wirklich die Lieferungen, die schon storniert sind, als einfach eine Auflistung. Wenn ihr das Ganze aber erst noch machen müsst, also eine Sendung wirklich stornieren, dann geht ihr auf Versandarchiv, Anzeigen und dann geht sozusagen eine Übersicht auf von allen Paketen, die ihr in letzter Zeit erstellt habt. Da seht ihr dann wirklich das Versanddatum, da seht ihr den Empfänger, den Service und natürlich auch die Sendungsverfolgungsnummer. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, hier oben das Paket, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht beispielsweise und das möchte ich auf jeden Fall stornieren, dann klickt ihr hier auf die drei Punkte neben dem Paket und klickt, geht einfach auf den Punkt Stornieren. UPS fragt dann nochmal, möchten sie die Sendung wirklich annullieren? Und dann klicken wir einfach mal auf Ja. Und so wurde die Sendung jetzt einfach storniert. Das heißt, ihr seht jetzt hier rechts auch auf einmal so einen roten Punkt. Das ist auch der gleiche Punkt, den ihr dann sehen würdet, wenn ihr in den Bereich geht, wo steht Sendung oder stornierte Sendungen hier oben im Bereich Versand. Da würde es da genauso aussehen und somit wäre diese Sendung jetzt storniert. Das heißt, das Label dürft ihr auch nicht mehr verwenden. Das funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, der Fahrer kann es dann auch nicht mehr abholen. Und ihr könnt jetzt ganz entspannt nochmal die Sendung ganz neu eingeben, ohne Fehler. Und es kann sein, wenn ihr was länger damit wartet, dass diese Sendung trotzdem noch einmal berechnet wird. Die wird dann aber auf der Folgerechnung dann nochmal wieder gut geschrieben. Und meistens aber, wenn ihr es sofort macht, dann ist die halt wirklich direkt storniert aus dem System und wird auch erst gar nicht berechnet. Es kann ja immer mal im Alltag beim Versand dazukommen oder im Versandstress, dass man mal die falsche Adresse auswählt. Oder die falsche Serviceart. Und dass ihr wirklich erst auffällt, wenn man das Label gedruckt hat und gerade aufs Paket kleben möchte. Und so wisst ihr jetzt, wie ihr bei UPS das Ganze stornieren könnt, sodass es nicht berechnet wird. Oder wie gesagt, falls es berechnet wird, auch wieder gut geschrieben wird, weil ihr das online storniert habt. Und ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Falls das der Fall ist, freue ich mich selber einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt sie gerne hier in die Kommentare. Und für alle, die das Thema Paketversand wirklich interessiert und noch mehr dazu lernen möchten, abonniert meinen Kanal, schaut mal bei meinen anderen Videos vorbei. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.